Was beim Wetter die nächsten Tage eindeutig Bestand hat, das ist der unbeständige Charakter. Aber zunächst der Blick auf dieses fantastische Bild mit dem Boot, das sich hier im See spiegelt. Und gleichzeitig diese wunderbare Wolkenbasis der Gewitterwolke mit dem Fallstreifen, mit dem Blitz. Also irgendwie kann so ein Wetter auch malerisch schön sein, wenn man weit genug davon entfernt ist. Und so ruhig wie dieser See wird die Nordsee in nächster Zeit nicht sein. Durch den kräftigen Wind, der weht, angetrieben durch nordatlantische Tiefdrucksysteme. Die Luft kommt vom Atlantik zu uns, wird dementsprechend nicht so brutal heiß sein wie im Mittelmeerraum. Also diese extreme Hitze kommt nicht auf uns zu. Und wenn jetzt diese Animation in die Zukunft läuft, sieht man an der Strömung ändert sich im Wesentlichen nur wenig. Wir bleiben in einer westlichen Strömung und unter dem Einfluss der Tiefdrucksysteme, die sich über Nordeuropa befinden, wird es insgesamt wechselhaft sein. Teilweise mit Blitz und Donner. Gewitter der kräftigen Art kann es am Montag vor allem in Ober- und Niederbayern geben. Das zeigt ja die Labilitätskarte. Schauer und Gewitter gleichermaßen auch im Nordwesten Deutschlands. Dazwischen hingegen oft sonniges und stabiles Wetter. Zehn oder elf Sonnenstunden zum Wochenstart. Sonst geht ein bisschen weniger durch eben die Schauerwolkentemperaturen. Die ganzen nächsten Tage ähnlich wie am Montag im Nordwesten. Meistens unter der 25 Grad Marke. Im Osten und im Süden örtliche Regionen mit 30 Grad oder knapp drüber. So eben auch am Dienstag erscheint in der Mitte und im Süden oft die Sonne, ehe gegen Abend dann heftige Gewitter aufkommen können. Im Norden dichtere Wolken vereinzelt tropfen. Am Mittwoch werden die Gewitter etwas verbreiteter stattfinden und speziell in Oberbayern auch heftig ausfallen können. Zuvor Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad. Donnerstag und Freitag sind auch unbeständige Tage mit dem Westwind. Und unter Tiefdruckeinfluss gibt es Schauer, einzelne Gewitter inklusive. Zwischendurch auch lange trockene Phasen und auch Regionen, die den ganzen Tag trocken bleiben. Also sicherlich kein Dauerregentag. Die Karte sieht so ein bisschen schlimmer aus, als es wird. Gleiches gilt auch für das kommende Wochenende. Vielerorts trockenes Wetter, zwischendurch speziell im Bergland. Und das wiederum nachmittags Schauer und teilweise auch kraftvolle Gewitter.